Lev Tolstoi, Drei Tode, Deutsch von Gisela Drohler 1. Es war Herbst. Auf der Landstraße fuhren, in schnellem Trab zwei Ekipagen. In der vorderen Kutsche saßen zwei Frauen. Die eine, die Dame, war hager und bleich. Die andere, das Dienstmädchen, hatte glänzende rote Wangen und eine volle Figur. Ihre kurzen, trockenen Haare drängten sich unter dem verschossenen Hut hervor, und die rote Hand dem zerrissenen Handschuh brachte sie immer wieder hastig in Ordnung. Die hohe, mit einem bunten Tuch bedeckte Brust atmete Gesundheit. Die flinken schwarzen Augen verfolgten bald durch das Wagenfenster die dahin schwindenden Felder. Bald blickten sie scheu auf ihre Herrin. Bald schweiften sie unruhig über die Ecken der Kutsche. Vor der Nase des Dienstmädchens schaukelte der ans Gepäcknetz gebundene Hut der Herrin. Auf ihren Knien lag ein Hündchen. Ihre Füße standen auf einem Berg von Schachteln und trommelten kaum hörbar im gleichen Takt mit dem Rütteln der Federn und dem Klirren der Fensterscheiben. Die Dame hielt die Hände im Schoß gefaltet, hatte die Augen geschlossen und wiegte sich schwach in den Kissen, die man ihr hinter den Rücken geschoben hatte. Sie hüstelte hohl mit geschlossenem Mund, wobei sie jedes Mal das Gesicht verzog. Auf dem Kopf trug sie ein weißes Nachthäubchen und darüber ein leichtes hellblaues Tuch, dessen Enden um ihren zarten, blassen Hals geschlungen waren. Ein gerader Scheitel, der unter dem Häubchen verschwand, teilte das blonde, ungewöhnlich dünne, pomadisierte Haar. Die weiße Haut dieses breiten Scheitels schien eigentümlich trocken und leblos. Die gelbliche Haut lag schlaff auf den feinen und schönen Umrissen des Gesichts und hatte an den Wangen und Backenknochen rote Flecken. Die Lippen waren trocken und unruhig, die dünnen Wimpern waren seltsam gerade und der Reisemantel fiel auf der eingefallenen Brust in geraden Falten herab. Obwohl die Augen geschlossen waren, drückte das Gesicht der Dame Müdigkeit, Gereiztheit und gewohntes Leid aus. Der Lakai saß zurückgelehnt auf dem Bock und schlummerte. Der Postillon trieb mit kurzen Schreien das stattliche, schweißtriefende Viergespann an und blickte sich ab und zu nach dem anderen Kutscher um, der auf dem Bock des zweiten Wagens saß und seine Pferde mit den gleichen Schreien antrieb. Die parallelen breiten Spuren der Wagenräder drückten sich gleichmäßig und schnell in den kalkigen Straßenschmutz. Der Himmel war grau und kalt, feuchter Nebel lag über den Feldern und Wegen. Im Inneren der Kutsche war es dumpf und roch nach kölnischem Wasser und Staub. Die Kranke warf den Kopf in den Nacken und öffnete langsam die Augen. Die großen Augen waren glänzend und von einer schönen, dunklen Farbe. »Schon wieder«, sagte sie, indem sie nervös mit ihrer schönen, hageren Hand einen Mantelzipfel des Dienstmädchens wegschob, der kaum ihren Fuß berührt hatte, und ihr Mund verzog sich schmerzlich. Matryoscha raffte mit beiden Händen die Schöße ihres Mantels, erhob sich auf ihren kräftigen Beinen und rückte etwas weiter weg. Ihr frisches Gesicht errötete. Die schönen, dunklen Augen der Kranken verfolgten gespannt alle Bewegungen des Mädchens. Die Dame stemmte sich mit beiden Händen gegen den Sitz und wollte gleichfalls etwas hinaufrücken, doch ihre Kräfte versagten. Ihr Mund verzog sich, und ihr ganzes Gesicht wurde durch den Ausdruck ohnmächtiger, gehässiger Ironie verzehrt. »Wenn du mir wenigstens helfen wolltest, ach, jetzt ist es nicht mehr nötig, ich kann schon selbst. Leg mir aber um Gottes Willen nicht immer deine Päckchen hinter den Rücken. Lass es sein, wenn du es nicht verstehst!« Die Dame schloß die Augen, hob dann wieder die Lider und warf dem Dienstmädchen einen schnellen Blick zu. Matryoscha starrte sie an und biß sich in die rote Unterlippe. Ein schwerer Säufzer drang aus der Brust der Kranken und ging in einen Hustenanfall über. Sie wandte sich ab, verzog das Gesicht und griff mit beiden Händen an die Brust. Als der Anfall vorüber war, schloss sie wieder die Augen und saß unbeweglich da. Die beiden Equipagen fuhren durch ein Dorf. Matryoscha streckte ihre volle Hand unter dem Tuch hervor und bekreuzigte sich. »Was gibt's?« fragte die Herrin. »Eine Station, gnädige Frau!« »Ich frage dich, warum du dich bekreuzigst!« »Es ist eine Kirche, gnädige Frau!« Die Kranke wandte sich zum Fenster und begann sich langsam zu bekreuzigen, mit weit geöffneten Augen auf die große, hölzerne Kirche starrend, um die die Kutsche herumfuhr. Die Kutsche und die Kalesche hielten gleichzeitig vor der Station. Aus der Kalesche stieg der Gatte der kranken Dame und der Arzt. Sie traten an die Kutsche heran. »Wie fühlen Sie sich?« fragte der Arzt, ihr den Puls fühlend. »Nun, meine Liebe, bist du nicht müde?« fragte der Gatte auf Französisch. »Willst du nicht aussteigen?« Matryoscha nahm alle Päckchen zusammen und drückte sich in eine Ecke, um die Herrschaften in ihrem Gespräch nicht zu stören. »Immer dasselbe«, antwortete die Kranke. »Ich möchte nicht aussteigen.« Der Gatte stand noch eine Weile da und ging dann in das Stationsgebäude. Matryoscha sprang aus der Kutsche und lief auf den Fußspitzen durch den Schmutz zum Tor. »Dass es mir schlecht geht, ist noch kein Grund für Sie, nicht zu frühstücken«, sagte die Kranke mit einem schwachen Lächeln zum Arzt, der vor dem Wagenfenster stand. »Niemand kümmert sich um mich«, fügte sie in Gedanken hinzu, als der Arzt sich mit leisen Schritten vom Wagen entfernte und dann in großer Hass die Stufen des Stationshauses hinauflief. »Ihnen geht es gut.« »Und um alles Übrige kümmern Sie sich nicht. Oh mein Gott!« »Nun, Eduard Ivanovich«, sagte der Gatte oben im Stationsgebäude zu dem Arzt, sich mit vergnügtem Lächeln die Hände reibend. »Ich habe den S-Korb heraufbringen lassen. Was halten Sie davon?« »Ich bin dabei«, antwortete der Arzt. »Wie geht es ihr eigentlich?«, fragte der Gatte seufzend, indem er die Stimme senkte und die Augenbrauen hochzog. »Ich habe Ihnen ja schon gesagt, sie wird unmöglich bis nach Italien kommen. Ich zweifle sogar, dass sie Moskau noch erreicht, besonders bei diesem Wetter. Was soll ich tun?« »Ach, mein Gott!« »Mein Gott!« Der Gatte bedeckte die Augen mit der Hand. »Gib her!«, wandte er sich zum Diener, der mit dem S-Korb hereinkam. »Sie hätten eben zu Hause bleiben müssen,«, entgegnete der Arzt und zuckte die Achseln. »Sagen Sie mir doch, was konnte ich tun?«, entgegnete der Gatte. »Ich habe doch alles versucht, um sie von der Reise abzuhalten. Ich habe ihr die Kosten vorgehalten. Ich habe von den Kindern, die wir allein zurücklassen mussten, und von meinen Geschäften gesprochen. Sie will nichts hören. Sie malt sich das Leben im Ausland aus, als ob sie gesund wäre. Und ihr die Wahrheit über ihren Zustand sagen, hieße, sie töten. »Sie ist ja schon so gut wie tot. Das müssen Sie selbst wissen, Vassili Dimitric. Der Mensch kann nicht ohne Lungen leben, und neue Lungen wachsen nicht nach. Es ist ja wirklich sehr traurig und schwer. Was kann man aber tun? Unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, dass wir das Ende erleichtern. Hier ist viel eher ein Seelsorger am Platze. Ach, mein Gott, versetzen Sie sich doch in meine Lage. Wie kann ich mit ihr von Ihrer letzten Stunde sprechen? Na komm, was will, ich kann es ihr nicht sagen. Sie wissen ja selbst, wie gut sie ist. Versuchen Sie doch, sie zu überreden, noch bis zum Winter zu warten, bis man mit dem Schlitten fahren kann, sagte der Arzt und schüttelte bedeutungsvoll den Kopf. Unterwegs kann ja leicht eine Verschlimmerung eintreten. »Axiosha, hey, Axiosha!« schrie auf der schmutzigen Hintertreppe die Tochter des Postmeisters, indem sie sich eine Jacke über den Kopf warf. »Wir wollen uns die Gutsherrin von Schekino ansehen. Es heißt, dass sie wegen ihrer Brustkrankheit ins Ausland fährt. Ich habe noch nie eine Schwindsüchtige gesehen.« Axiosha sprang herbei, und beide Mädchen liefen Hand in Hand vor das Tor. Als sie an der Kutsche vorbeigingen, verlangsamten sie die Schritte und blickten durch das herabgelassene Fenster hinein. Die Kranke wandte den Kopf nach ihnen um. Als sie aber ihre Neugier bemerkte, runzelte sie die Stirn und wandte sich wieder ab. »Du lieber Himmel!« sagte die Tochter des Postmeisters und wandte hastig den Kopf weg. »Was für eine Schönheit sie war und was jetzt aus ihr geworden ist!« »Einfach entsetzlich!« »Hast du sie gesehen, Axiosha? Hast du sie gesehen?« »Ja, wie mager sie ist,« bestätigte Axiosha. »Wir wollen noch einmal vorbeigehen, als ob wir zum Brunnen gingen.« »Siehst du? Sie hat sich weggewandt. Aber ich konnte sie noch sehen.« »Hahaha! Sie tut mir so leid, Mascha!« »Und wie schmutzig es ist,« entgegnete Mascha, und beide liefen zum Tor zurück. Die Kranke dachte, »ich muss wohl wirklich grauenhaft aussehen, wenn ich nur so schnell wie möglich ins Ausland kommen könnte.« »Tort werde ich mich bald erholen.« »Nun, wie geht es dir, meine Liebe?«, fragte der Gatte, der wieder zur Kutsche kam. Er hatte noch ein Bissen im Munde. »Immer dieselbe Frage,« dachte die Kranke, »und er selbst ist!« »Es geht,« murmelte sie durch die Zähne. »Weißt du, meine Liebe, ich fürchte, die Reise wird dir bei diesem Wetter nicht guttun. Auch Eduard Ivanovich ist derselben Ansicht.« »Wollen wir nicht lieber umkehren?« Sie schwieg ärgerlich. »Das Wetter wird ja einmal besser werden. Wir werden Schlittenbahnen bekommen. Inzwischen kannst du dich ja auch erholen. Dann könnten wir alle zusammenfahren.« »Verzeih! Hätte ich schon früher nicht auf dich gehört, so wäre ich jetzt längst in Berlin und ganz gesund.« »Was sollte man tun, mein Engel? Du weißt ja selbst, dass es unmöglich war. Wenn du jetzt noch einen Monat warten wolltest, könntest du dich bedeutend erholen. Ich würde mit meinen Geschäften fertig sein. Und wir könnten auch die Kinder mitnehmen.« »Die Kinder sind gesund und ich nicht!« »Begreife doch, meine Liebe, bei diesem Wetter, wenn unterwegs eine Verschlimmerung eintritt, so ist man wenigstens zu Hause.« »Warum ist zu Hause besser? Meinst du, ich soll lieber zu Hause sterben?« Mit der Peitsche im Gürtel in die Stube trat und sich dem Kranken zuwendete. »Was willst du von Fjodor? Du taugenichts!« rief einer der Vorknechte. »Du weißt doch, dass die Kutsche draußen wartet.« »Ich will ihn um seine Stiefel bitten. Meine sind zerrissen,« erwiderte der Bursche, indem er das Haar zurückwarf und an den Handschuhen nestelte, die im Gürtel steckten. »Schläft er denn?« »He, Onkel Fjodor!«, wiederholte er, zum Ofen tretend. »Was gibt's?«, fragte eine schwache Stimme, und ein ausgemergeltes, rotbärtiges Gesicht beugte sich über den Ofenrand. Eine große, hagere, bleiche, behaarte Hand bemühte sich, den Pelz über die eckige Schulter zu ziehen, die von einem schmutzigen Hemd bedeckt war. »Gib mir zu trinken, Bruder!« »Was willst du?« Der Bursche reichte ihm den Wasserkrug. »Weißt du, Fetja,« sagte er verlegen, »weißt du, du brauchst doch deine neuen Stiefel nicht mehr. Gib sie mir. Du wirst sie doch wohl nie tragen.« Der Kranke senkte den müden Kopf zu dem glasierten Tonkrug, tauchte den dünnen, herabhängenden Schnurrbart in das dunkle Wasser und trank in schwachen, doch gierigen Zügen. Sein wirrer Bart war unsauber, und die eingefallenen trüben Augen blickten mit Mühe auf den Burschen. Nachdem er getrunken hatte, wollte er die Hand heben, um die feuchten Lippen abzuwischen, doch hatte er nicht die Kraft dazu, und er wischte sich den Mund am Ärmel seines Filzmantels ab. Er blickte schweigend und schwer durch die Nase atmend dem Burschen in die Augen und schien alle seine Kräfte zu sammeln. »Hast du sie vielleicht schon jemand versprochen?« fuhr der Posterior fort. »Das wäre schade, denn siehst du, draußen ist es nass und ich muss fahren. Da dachte ich mir, ich will halt den Fett ja um seine Stiefel bitten. Er braucht sie wohl nicht mehr.« »Vielleicht brauchst du sie doch. Sag es nur!« »Aber mit neuen Stiefeln wird man ihn doch nicht begraben. Es wäre aber schon längst Zeit. Gott, verzeihe mir die Sünde!« »Du hörst doch, wie er sich quält. Man sollte ihn in eine andere Stube bringen oder sonst wohin. In der Stadt soll es Krankenhäuser für solche Leute geben. Hier hat er sich in der Ecke breit gemacht und rührt sich nicht vom Fleck.« »Wie darf denn das sein? Er nimmt nur den anderen den ganzen Platz weg. Und da verlangt man von mir auch noch Sauberkeit!« »He, Saryoga, geh auf deinen Posten, die Herrschaften warten!« rief der Oberpostillon durch die Tür herein. Saryoga wollte schon gehen, ohne die Antwort abzuwarten, aber der Kranke gab ihm während des Hustenanfalls mit den Augen zu verstehen, dass er antworten wolle. »Nimm dir die Stiefel, Saryoga!« sagte er, als er den Husten unterdrückt und ein wenig ausgeruht hatte. »Doch höre! Einen Stein sollst du mir kaufen, wenn ich einmal tot bin!« fügte er heiser hinzu. »Danke, Onkel! Ich nehme also die Stiefel und den Stein werde ich dir kaufen, so wahr Gott lebt!« »Ihr habt es gehört, Kinder!« konnte der Kranke noch sagen. Dann beugte er sich wieder zurück und bekam einen neuen Hustenanfall. »Ist schon recht, wir haben es gehört!« bestätigte einer von den Kutschern. »Geh, Saryoga, setz dich auf den Bock! Da kommt schon wieder der Obergelaufen! Du hast doch die kranke Gutsfrau von Schirchino zu fahren!« Saryoga warf schnell seine zerrissenen, ihm viel zu großen Stiefel ab und schleuderte sie unter die Bank. Die neuen Stiefel Fjodas passten ihm ausgezeichnet. Während er zur Kutsche ging, bewunderte er sie an seinen Beinen. »Ach, was für schöne Stiefel! Gib her! Ich schmier sie dir ein!« sagte ein Kutscher, der mit dem Teerpinsel in der Hand vor der Kutsche stand, während Saryoga auf den Bock kletterte und die Zügel in die Hand nahm. »Hat er sie dir umsonst gegeben?« »Bist du vielleicht neidisch?« fragte Saryoga, indem er sich erhob und die Schöße des Mantels an den Beinen zurücklegte. »Lass mich in Ruhe! Los, meine Lieben!« rief er den Pferden zu, holte mit der Peitsche aus und beide Wagen mit ihren Insassen, Koffern und Reisetaschen rollten schnell über die nasse Landstraße dahin und verschwanden im grauen Herbstnebel. Der kranke Kutscher war in der dumpfen Stube auf dem Ofen liegen geblieben. Es gelang ihm nicht, sich ordentlich auszuhusten. Schließlich drehte er sich mit großer Mühe auf die andere Seite und wurde still. In der Kutscherstube war bis zum Abend ein Kommen und Gehen. Man aß zu Mittag. Den Kranken hörte man nicht. Vor der Nacht kroch die Köchin auf den Ofen, beugte sich über seine Füße und holte sich einen Schafpelz. »Sei mir nicht böse, Nastassia«, sagte der Kranke. »Ich werde bald deinen Ofen räumen.« »Schon gut. Ich habe ja nichts gesagt«, murmelte Nastassia. »Was tut dir weh, Onkel? Sag's doch.« »Das ganze Innere tut mir weh. Gott weiß, was das ist.« »Dir tut wohl auch die Kehle weh, wenn du so hustest.« »Alles tut mir weh. Mein Tod ist gekommen, das ist es. Ach, ach, ach«, stöhnte der Kranke. »Du musst dir die Beine so zudecken«, sagte Nastassia, indem sie vom Ofen kletterte und dabei dem Kranken den Mantel über die Beine zog. Nachts brannte in der Stube ein schwaches Nachtlicht. Nastassia und etwa zehn Fuhrknechte schnarchten auf dem Fußboden und auf den Bänken. Der Kranke allein schlief nicht. Er röchelte schwach, hustete und wälzte sich hin und her. Gegen Morgen wurde er ganz still. »Einen merkwürdigen Traum habe ich heute Nacht gehabt«, sagte die Köchin, als sie sich in der Morgendämmerung aus dem Schlafe reckte. Ihr träumte, Onkel Fjodor stieg vom Ofen herunter und ging hinaus, um Holz zu hacken. »Lass mich, Nastassia«, sagte er, »ich will dir helfen.« Und ich sagte zu ihm, »du willst Holz hacken, wo du so krank bist?« Er nimmt aber die Axt und hackt so schnell, dass die Späne nur so fliegen. »Was«, sage ich zu ihm, »du bist doch krank gewesen.« »Nein«, sagte er, »ich bin gesund.« Und wie er mit der Axt ausholt, führt mir ganz Angst und Bange. Ich schreie und erwache. »Ist er am Ende gestorben?« »Onkel Fjodor! Hey, Onkel!« Fjodor gab keine Antwort. »Ist er vielleicht doch tot? Man muss einmal nachsehen«, sagte einer von den Kutschern, die eben erwachten. Die magere, mit rötlichen Haaren bedeckte Hand hing kalt und bleich vom Ofen herunter. »Man muss es dem Aufseher melden.« »Er scheint wirklich tot zu sein«, sagte der Kutscher. Fjodor hatte weder Verwandte noch sonst jemand. Er stammte aus einer fernen Gegend. Man begrub ihn am nächsten Tag auf dem neuen Kirchhof hinter dem Bältchen, und Nastassia erzählte noch mehrere Tage nacheinander allen, die es hören wollten, den Traum, den sie gehabt hatte, und dass sie die erste gewesen sei, der es am Morgen eingefallen war, nach Fjodor zu sehen. Drei Der Frühling war gekommen. In den nassen Straßen der Stadt Rieselten zwischen den kotdurchsetzten Eisklumpen hurtige Bächlein. Die Farben der Kleider und die Stimmen der Leuten auf den Straßen schienen ungewöhnlich hell. In den Gärtchen hinter den Zweigen schwollen die Knospen der Bäume, und die Zweige wiegten sich kaum hörbar in dem frischen Wind. Überall flossen und perlten durchsichtige, helle Tropfen. Die Spatzen piepsten und flatterten mit ihren kleinen Flügeln. Auf der Sonnenseite, auf Zäunen, Häusern und Bäumen, war alles voller Bewegung und Licht. Der Himmel, die Erde und die Herzen der Menschen waren von einer fröhlichen, jugendfrischen Stimmung erfüllt. In einer der Hauptstraßen war vor einem großen, herrschaftlichen Haus auf dem Fahrdamm frisches Stroh ausgebreitet. Im Hause lag die Kranke, die ins Ausland reisen wollte, im Sterben. Vor der geschlossenen Tür des Krankenzimmers standen der Gatte und eine ältere Dame. Auf dem Sofa saß ein Geistlicher. Er hatte die Augen gesenkt und hielt in den Händen das Beichttuch, in das etwas eingewickelt war. In einer Ecke lag eine Greisin, die Mutter der Kranken, in einem Voltair-Sessel und weinte bitterlich. Neben ihr hielt ein Dienstmädchen ein sauberes Taschentuch bereit, um es ihr zu geben, wenn sie danach verlangte. Ein zweites Dienstmädchen rieb der Alten die Schläfen und blies ihr unter die Haube auf dem kreisen Kopf. »Nun, der Heiland helfe Ihnen, liebe Freundin«, sagte der Gatte zu der älteren Dame, mit der er vor der Tür stand. »Sie hat ja solches Vertrauen zu Ihnen. Sie verstehen es so gut, mit ihr zu sprechen. Versuchen Sie doch, es ihr zu sagen, meine Liebe. Gehen Sie doch zu ihr hinein.« Er wollte ihr schon die Tür öffnen. Die Cousine hielt ihn aber noch zurück, drückte das Tuch einige Mal an die Augen und schüttelte den Kopf. »So, jetzt sieht man wohl nicht, dass ich geweint habe?«, fragte sie. Dann öffnete sie selbst die Tür und trat ins Krankenzimmer. Der Gatte war stark erregt und schien gänzlich verstört. Er wollte zuerst auf die Greiseln zugehen. Als ihn aber nur noch wenige Schritte von ihr trennten, kehrte er um, ging durch das Zimmer und näherte sich dem Geistlichen. Der Geistliche blickte ihn an, hob die Augenbrauen und seufzte. Auch sein dichtes, leicht ergrautes Bärtchen hob und senkte sich. »Mein Gott, mein Gott,« sagte der Gatte. »Was soll man machen?«, sagte der Geistliche seufzend. Und seine Augenbrauen und das Bärtchen hoben und senkten sich wieder. »Auch Mamachen ist hier,« sagte der Gatte fast verzweifelt. »Sie wird es nicht überwinden. Denn wie sie sie liebt und wie sie an ihr hängt, ich weiß wirklich nicht, Hochwürden, wenn sie wenigstens versuchen, wollten sie zu beruhigen und ihr zuzureden, dass sie von ihr fortgeht.« Der Geistliche erhob sich und ging auf die Greiseln zu. »Ein Mutterherz kann wahrlich niemand ergründen,« sagte er, »doch Gott ist barmherzig.« Über das Gesicht der Greiseln ging plötzlich ein Zucken. Sie bekam einen hysterischen Anfall und schluckte unaufhörlich. »Gott ist barmherzig,« fuhr der Geistliche fort, als sie sich etwas beruhigt hatte. »Ich will Ihnen sagen, in meiner Gemeinde war ein Kranker, mit dem es noch viel schlimmer stand als mit Maria Dimitrievna. Und was glauben Sie? Ein einfacher Kleinbürger hat ihn in kürzester Zeit mit Kräutern gesund gemacht. Und dieser selbe Kleinbürger hält sich jetzt zufällig in Moskau auf. Ich habe schon mit Vasilje Dimitrievich davon gesprochen. Man könnte doch versuchen...« »Das wäre immerhin ein Trost für die Kranke. Bei Gott ist alles möglich.« »Nein, sie wird nicht am Leben bleiben,« sagte die Greiseln. »Statt mich zu sich zu holen, lässt Gott sie sterben.« Das hysterische Schlucken wurde so stark, dass sie das Bewusstsein verlor. Der Gatte der Kranken bedeckte das Gesicht mit den Händen und lief aus dem Zimmer. Im Korridor stieß er auf seinen sechsjährigen Jungen, der im Galopp dem jüngeren Schwesterchen nachlief. »Befehlen Sie nicht, dass ich die Kinder zur Mama führe?« fragte die Kinderfrau. »Nein, sie will sie nicht sehen. Es würde sie zu sehr aufregen.« Der Knabe blieb einen Augenblick stehen, musterte aufmerksam das Gesicht des Vaters, schlug dann mit dem Fuß aus und lief lustig weiter. »Sie ist der Rappe, Papachin!« rief der Knabe auf die Schwester zeigend. Die Cousine saß unterdessen im anderen Zimmer, neben der Kranken, und suchte sie durch klug berechnete Worte auf den Tod vorzubereiten. Der Arzt stand am Fenster und mischte einen Trank. Die Kranke saß in weißem Morgenkleid, ganz von Kissen umgeben, im Bett und blickte die Cousine schweigend an. »Ach, meine Liebe!« unterbrach sie sie plötzlich. »Sie brauchen mich gar nicht vorzubereiten. Halten Sie mich doch nicht für ein Kind! Ich bin eine Christin. Ich weiß alles. Ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Und ich weiß, dass ich jetzt in Italien wäre, wenn mein Mann früher auf mich gehört hätte. Dann wäre ich vielleicht oder sogar bestimmt gesund. Das haben ihm alle gesagt. Jetzt ist aber nichts zu machen. Gott hat es offenbar so gewollt. Wir alle haben viele Sünden. Ich weiß es. Ich hoffe aber auf Gottes Barmherzigkeit. Es wird allen verziehen werden. Ja, ich bin davon überzeugt. Ich bemühe mich jetzt, mein Innerstes zu erforschen. Auch ich hatte viele Sünden auf dem Gewissen, meine Liebe. Doch wie viel habe ich dafür gelitten? Ich habe mich immer bemüht, meine Leiden geduldig zu ertragen. Soll ich also den Geistlichen hereinrufen, meine Liebe? Wenn Sie die heiligen Sakramente empfangen, wird es Ihnen sicherlich leichter werden, sagte die Cousine. Die Kranke neigte zustimmend den Kopf. Gott sei mir Sünderin gnädig, flüsterte sie. Die Cousine ging hinaus und winkte dem Geistlichen. Sie ist ein wahrer Engel, sagte sie mit Tränen in den Augen zu dem Gatten. Der Gatte begann zu weinen. Der Geistliche ging ins Krankenzimmer. Die Greisin war noch immer bewusstlos und im ersten Zimmer wurde es vollkommen still. Nach fünf Minuten kam der Geistliche zurück, nahm das Beichttuch von der Schulter und strich sich mit der Hand das Haar zurück. Gott sei Dank, sie ist jetzt ruhiger, sagte sie. Sie wünscht, sie zu sehen. Die Cousine und der Gatte gingen hinein. Die Kranke weinte still in sich hinein, die Augen auf das Heiligenbild gerichtet. Gratuliere zum Empfang der heiligen Sakramente, meine Liebe, sagte der Gatte. Habtank! Wie wohl ich mich jetzt fühle, welch unbegreifliche Wonne ich empfinde, sagte die Kranke und ein leises Lächeln spielte um ihre feinen Lippen. Wie barmherzig Gott ist, nicht wahr? Er ist barmherzig und allmächtig. Sie richtete ihre tränenvollen Augen wieder mit heißem Flehen auf das Heiligenbild. Dann schien sie sich auf etwas zu besinnen. Sie winkte den Gatten näher zu sich heran. Du willst niemals tun, worum ich dich bitte, sagte sie mit schwacher, unzufriedener Stimme. Der Mann reckte den Hals und hörte ihr ergebend zu. Was denn, meine Liebe? Wie oft habe ich dir gesagt, dass die Ärzte alle miteinander nichts verstehen. Es gibt aber einfache Frauen aus dem Volke, die die schwersten Krankheiten heilen. Hochwürden hat mir eben von einem Kleinbürger erzählt. Lass ihn holen. Wen, meine Liebe? Mein Gott, er will mich nicht verstehen. Die Kranke verzog das Gesicht und schloss die Augen. Der Arzt trat an sie heran und ergriff ihre Hand. Der Puls wurde merklich schwächer und schwächer. Er winkte dem Gatten mit den Augen. Die Kranke bemerkte es und sah erschrocken auf. Die Cousine wandte sich weg und begann zu weinen. Weine nicht! Quäle nicht dich selbst und mich, sprach die Kranke. Das nimmt mir meine letzte Ruhe. Du bist ein Engel, sagte die Cousine, ihr die Hand küssend. Nein, küsse mich hier! Nur den Toten küsst man die Hand. Mein Gott! Mein Gott! Am selben Abend war die Kranke eine Leiche und die Leiche lag im Sarg im Saal des großen Hauses. Im großen Zimmer saß hinter verschlossenen Türen ganz allein der Küster und las näselnd und eintönig durch die Psalmen Davids. Das helle Licht der Wachskerzen in den hohen, silbernen Leuchtern fiel auf die bleiche Stirn der Entschlafenen, auf ihre schweren, wechselnden Hände und auf die gleichsam versteinerten Falten des Bartuches, unter dem sich die Knie und die Fußspitzen unheimlich abzeichneten. Der Küster las eintönig, ohne ein Wort zu verstehen und die Worte halten seltsam durch den stillen Raum und er starben. Ab und zu klangen aus einem entfernten Zimmer Kinderstimmen und Kinderschritte herüber. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, lautete der Psalm. Du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässtest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Ehre des Herrn ist ewig. Das Antlitz der Verstorbenen war streng und majestätisch. Weder auf der klaren, kalten Stirn noch auf den festgeschlossenen Lippen regte sich etwas. Sie war ganz Spannung. Aber verstand sie wenigstens jetzt diese erhabenen Worte? Vier Einen Monat später erhob sich auf dem Grab der Entschlafenen eine steinerne Kapelle. Auf dem Grab des Kutschers war aber noch immer kein Stein und nur hellgrünes Gras sproß aus dem Hügel, dem einzigen Merkzeichen eines vergangenen Menschenlebens. Du begehst eine Sünde, Sayorga, sagte einmal die Stationsköchin, wenn du dem Fjodor den Stein nicht kaufst. Du sagtest immer, es ist Winter. Warum hältst du aber jetzt nicht dein Wort? Ich war ja dabei und habe es gehört. Er ist dir schon einmal im Schlaf erschienen. Wenn du den Stein nicht kaufst, kommt er wieder und wirkt dich. Ich weigere mich ja nicht, entgegnete Sayorga. Ich werde den Stein kaufen, wie ich es gesagt habe. Ich werde einen für anderthalb Rubel kaufen. Ich habe es nicht vergessen. Aber man muss ihn auch hertransportieren. Wenn ich wieder in die Stadt muss, kaufe ich ihn. Du hättest ihm wenigstens ein Kreuz setzen müssen, mischte sich ein alter Kutscher ins Gespräch. Es ist wirklich nicht schön. Du trägst doch seine Stiefel. Wo soll ich denn ein Kreuz hernehmen? Aus einem Holzscheit kann ich es doch nicht zimmern. Was redest du von einem Holzscheit? Nimm die Axt, geh am frühen Morgen in den Wald, hau eine kleine Esche um und da hast du das Kreuz. Sonst müsstest du dem Waldhüter einen Schnaps geben. Doch wo soll das hinaus, wenn man ihm wegen jeder Kleinigkeit Schnaps geben wollte? Neulich habe ich eine Deichsel zerbrochen. Da habe ich mir eine ausgezeichnete Neue gemacht. Kein Mensch hat es gesehen. Am frühen Morgen vor Sonnenaufgang nahm Sayorga die Axt und ging in den Wald. Auf Bäumen und Gräsern lag die kalte, matte Decke des noch immer fallenden, noch nicht von der Sonne beleuchteten Taus. Im Osten wurde es ganz allmählich hell und das schwache Licht spiegelte sich in den leichten Wolken, die das Himmelsgewölbe umlagerten. Kein Grashalm unten am Boden, kein Blättchen in den höchsten Wipfeln der Bäume regte sich. Die Stille des Waldes wurde nur zuweilen von einem Flügelschlag im Dickicht oder von einem Rascheln am Boden gestört. Ein seltsamer, der Natur fremder Ton erklang plötzlich am Waldessaum und er starrt gleich darauf. Und wieder wurde der Ton vernehmbar und er wiederholte sich gleichmäßig unten am Stamm eines der unbeweglichen Bäume. Einer der Wipfel erwebte ganz ungewöhnlich. Seine saftigen Blätter flüsterten etwas und eine Grasmücke, die auf einem der Zweige gesessen hatte, flatterte pfeifend zweimal auf und setzte sich mit dem Schwanze wippend auf einen anderen Baum. Die Axt tönte unten dumpfer und dumpfer. Saftige weiße Späne flogen auf das taubedeckte Gras und durch die Schläge ließ sich ein leises Knarren vernehmen. Der Baum erzitterte am ganzen Körper, beugte sich nieder, richtete sich gleich wieder auf und schwankte erschrocken auf seinen Wurzeln. Für einen Augenblick wurde alles still, doch der Baum neigte sich wieder, in seinem Stamm krachte es und er stürzte, die Äste brechend und die Zweige senkend mit dem Wipfel auf die feuchte Erde. Die Axthiebe und die Schritte verstummten. Die Grasmücke flog pfeifend einige Zweige höher auf. Ein Zweig, den sie mit ihren Flügeln gestreift hatte, wiegte sich eine Weile hin und her und er starb dann wie die anderen mit allen seinen Blättern. Die Bäume ragten nun schöner und freudiger mit ihren regungslosen Zweigen in den neuen Raum. Die ersten Sonnenstrahlen schossen durch die leichten Wolken und durch eilten Himmel und Erde. In den Talgründen braute der Nebel, im Grase blinkte der Tau, durchsichtige weiße Wölkchen eilten über den immer blauer werdenden Himmel und verzogen sich. Im Dickicht regten sich Vögel und sie zwitscherten wie weltvergessen etwas Seliges. Saftige Blätter flüsterten freudig und ruhig in den Wipfeln und die Zweige der lebendigen Bäume rauschten langsam und majestätisch über dem toten, gesunkenen Baum. Untertitelung des ZDF, 2020